Mit dem Gesicht zur Wand! Nicht! Achso, hier geht's lang. Ich begrüße euch recht herzlich hier bei Skyrim Special Edition in einer neuen Folge. Wir sind im Staubmannsgrab in der Krypta und da geht's jetzt weiter. Ich bedanke mich vorab schon mal fürs Zuschauen und ich wünsche viel Spaß. So, dann geht es auch schon mal weiter. Ich möchte mal gerade noch den Timer anmachen. Ungefähr so. Pass auf. So, warte mal, warte mal. So, den haben wir dann doch mal gut erledigt. Da liegt auch noch einer. Huuuuh, haaa, hiiii. Zack. Dann haben wir den auch mal den, den, äh, die Kauleiste punktiert. So, und den hatten wir, Eisenpfeil, Eisen, na, der, Eisenpfeil. So, liegt hier noch was? Nö, auch nicht. Silberschwert. War hier schon mal jemand? So, Knochenmehl. Ganz wichtig. Das muss man eigentlich versuchen, immer irgendwie durchzuziehen. Immer schleichen. Immer schleichen. Das bringt immer Erfahrung. Also immer so passiv, so zusätzlich irgendwie, ne? Ganz, ganz wichtig. So. Ist das so spannend hier. Voll spannend, Mann. Voll im Hören. So. Guck mal her. Hier, hier bin mal her. So. Ich bin mal jetzt erschrocken, ne. So, das ist nämlich die Halle, wo wir nämlich gerade oder vorhin runtergeschaut haben. Ähm. Ja, blöd nur, dass ich keine Dietriche mehr habe. Vielleicht habe ich Glück. Und wir finden hier in einer der, in einer der Urnen. Dietriche. Oder hier. Oder hier. Oder vielleicht liegen ja hier welche rum. Einbalsamierungswerkzeuge hoch. Natürlich nicht. Und nachher, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man wieder 99 Millionen, äh, Dietriche hat, dann. Und dann, äh, findet man sie permanent. Ist immer so. Also, Eisen, Panzer, Handschuhe, Wollitzkars, Schlüssel zum Staubmannsgrab. Knotenmehl. Ich habe irgendwie die dumme Befürchtung, dass hier, dass wir hier gleich nochmal ein bisschen fighten müssen. Nee, da stimmt. Genau. So, gut. Funktioniert nicht. So, dann haben wir hier den. Keiner hat natürlich einen Dietrich dabei. Du auch nicht. Das war ja klar. Hast du ein paar Dietriche dabei? Nein. Ein bisschen Wein. Doch, komm, ein bisschen Wein nehmen wir mit. Eisenpfeile nehmen wir mit. Den Wein wird man mitnehmen. Wir müssen mal was zum Saufen haben hier. Mal was zum Saufen. Ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold. Jo. So, warte mal. Hier geht es. Achso. Da brauchen wir gleich den Schlüssel. Ähm. Aber wir schauen nochmal kurz. Nein. Leute, hier kann ich. Ach, verflixt. Verflixt und zugewuffelt. Ähm. Jetzt haben wir keine Dietriche dabei. Na, das wurmt mich jetzt aber. Das wurmt mich jetzt aber so ein bisschen. Oh. Oh, oh. Hallo. Ah, sind das jetzt nur die Ratten oder was? Ja, weil wenn das nämlich nur die Ratten hier sind. So, ich glaube, dann nehmen wir hier mal die Kriegs-Axt. Ich glaube, damit haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Erfolg. Das sind beschädigte Bücher. Boah, Leute, ich brauche die Träger hier ganz dringend. Aber wirklich ganz, ganz dringend. Es strengt nämlich ein bisschen an, wenn man diese ganzen kleinen Goodies nämlich nicht öffnen kann. Da bin ich doch so traurig. Komm her, komm her, du Lump. So. Ihr habt nicht zufällig die Träger dabei. Ich glaube nicht, Tim. Okay. Dann watscheln wir einmal hier entlang, einmal hier entlang. Da, wo es windet. War klar. Das ist so. So, gut, dass der... Ein Dietrich. Ein Dietrich. Immer ein Dietrich, Mann. Liegt hier noch ein Dietrich rum? Komm, wenigstens die eine Tür, wo nur Vize dran stand. Vielleicht haben wir da Glück und wir finden auch direkt den nächsten Dietrich. Um... Hier müssen wir hin. Hier. Ja, komm. Ja. Äh. Ja, das hat sich ja gelohnt. Und das hat sich... Hier gibt... Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Okay. Lassen wir... Lassen wir das einfach mal. Gut. Dann gucken wir hier einfach weiter. Wir gucken hier einfach weiter. Wir gucken hier einfach weiter. Noch jemand? Hallo? Keiner, ne? Gut. Sehr gut. So, Eisenpfeier. Brauchen wir unten lang. Gehen wir unten lang oder oben lang? Ich weiß es nicht. Lassen wir uns mal hier unten lang schnüffeln. Vielleicht finden wir ein paar interessante Dinge. Aber scheinbar nicht. Wahrscheinlich entdeckt man das im Nachhinein bei der Aufnahme oder irgendwas. Aber ich glaube es... Ich glaube fast nicht. Ich denke nicht. So, wir müssen da rüber. Ich bin ja mal gespannt, ob wir jetzt hier irgendwann mal zum Ziel kommen. So, wir müssen da rüber. So, haben wir hier. Nichts. Kann ich da was entdecken? Nee. Entdecken kann ich da nichts. Das Staubmannsgrab. Drei Kreuze, wenn ich hier raus bin. Ganz ehrlich. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Kein Stück. Nee, du bist kein... Auferstehender. Mach mal nicht so schnell. Denn... Wir sind ja hier schon... So, wollen wir mal schnell speichern. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wird der Macht gelernt. Und Feuer und Feueratmung. So, wir nehmen erst mal... Wir sammeln erst mal alles ein, was wir hier kriegen können. Ich vermute mal stark, dass wenn wir das Fragment jetzt nehmen... Was sieht denn? Doch, ich wollte gerade sagen. So. Hätte mich jetzt aber gewundert, wenn jetzt hier... ...nix passieren würde. Farkas? Ach so. Was? Ich bin vielleicht noch... So. Noch jemand? So. 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 Okay. Ähm, ja. Jetzt lohnt sich das natürlich auch. Noch jemand? Komm schon. Du bist jetzt der Megaboss, ne? Du bist der Oberboss, genau. Er macht mich wütend. Hm. Zack. So. Haben wir jetzt alle. Hm? Zaubertrank des Ritters, kaiserlicher Bogen des Frostes und Hellsehen. Halt. Den nehmen wir mit. Mann. So viel Zeug. Wahnsinn. Nee. Das war jetzt nicht... Das war jetzt nicht der Plan. So. Was haben wir hier? Eisenschild. Was haben wir da? Nichts. Zack. Knochenmehl. Nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. So. So. Arbeiten dann Stück für Stück mal hier rüber. So. Dann haben wir hier eine Urne. Ja. Komm her. So. Genau. Wir schieben dann mal den, äh, den Deckel wieder da so senkrecht rein. Wir da quasi unten vor sich hinschwebt. So. Da kommen wir hoch. Dann haben wir hier, dann haben wir hier das, äh, das, das Wort der Macht gelernt. Hier wollen wir auch schauen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Und dann haben wir wahrscheinlich auch gleich den Ausgang erreicht. Tatsache. Tatsache. Fakas ready. Come on. Come on everybody. Come on Barbie. Let's go party. Ha. 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 Yeah. Pfff. So. Automatisches Speichern. Na jetzt bin ich mal... Huh. Hä? Hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Aha. Das ist ja sehr interessant. Ach, guck mal. Haben wir dann doch gleich noch den hier mitgenommen. Den guten. Das gute Buch. Mit der Zweihändigkeit. Und wir können wieder nach Himmels ran. Was? Hey. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, wir können jetzt auch direkt wieder zurück reisen. Wieso? Haben wir Feinde hier in der Gegend? Ich glaube nicht, Tim. Warum haben wir denn Feinde? Warte mal. Gibt's hier Feinde? Ich sehe aber keinen. Wahnsinn. Ist das cool. Bin ich immer wieder beeindruckt von. So. Das kann ich auch. Krawumms. So. Kann man denn jetzt... Nein. Das ist die Meistertruhe, wo wir da einfach Haufen Dietriche verlieren. Ähm. So. Deswegen lassen wir das einfach mal. Und wir kommen sowieso irgendwann nochmal hierher. Irgendwann kommen wir eh hierher. Und dann, äh, müssen wir eh irgendwas, äh, machen. Und da knacken wir die, 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 die Truhe dann einfach dann, wenn's soweit ist. So. So. Wie viel Gold haben wir denn jetzt eigentlich gesammelt? 1.800. Da können wir sogar wieder ein bisschen was einrichten. So. Lars, Kampfgeborene. Guck mal gerade. Mann. Ich glaube, wir warten, Mann. Jetzt haben wir's, äh, 2 Uhr halb 3 morgens. Warten wir mal 5 Stunden. Ich bewege mich in Zeitluke. Farkas in Slow-Motion. Das ist immer wieder faszinierend. Und beängstigend zugleich. Ding, 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 ding. Alles in Ordnung? Nein, nicht wirklich. Hier seid ihr jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Hallo. Bist du die Schmiedin? Ach, du warst die Schmiedin. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Hm. Eine Menge. Ich sage nicht, dass... Hm. Eine Menge. Was? Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Eigentlich wollte ich... Ich helfe meinem Vater auf vieler Leid. Ich glaube, ich muss noch eine Stunde warten. Warte mal. So. Das ist den Leuten nicht bewusst. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Ich gehe rein. Ich gehe in die Schmiede hinein. Und dann werden wir ein paar Sachen verkaufen. Wir haben kleine und... So. Was haben wir zu verkaufen? Klingenhelme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Alles, was ihr braucht. So. Waffen. Wir haben ein Falmerbogen. Ein kaiserlicher Bogen des Frostes. Den lassen wir hier. Orkische Bogen. Orkische Bogen. Da. Die Pfeile nehmen wir mal. Die behalten wir. Bekleidung. Dann den Falmerschild. 31. Dann kann der weg. Eisenschild kann weg. Die Lederarmschienen. Kann weg. So. Wir haben... Was haben wir sonstiges? Einbalsamierungswerkzeug. Eisenbarren. Lederstreifen. Silberbarren. Stahlbarren. Und... Es ist schön mit euch Geschäfte zu machen. Ja, nicht? Denke ich auch. Denke ich auch. So. Riesenheim. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein hier bei Skyrim Special Edition. Oder? Ich lege mir immer welche zur Seite. Und das ist immer wieder eine Wonne, diesem Spiel zuzuschauen. Ziemlich geil, was die Entwickler hier an grafischen Aufhübschungen quasi implementiert haben. Sehr, sehr schön. Ein Augenschmaus jedenfalls für mich. Wenn ihr es genauso seht, schreibt es mir doch in die Kommentare. Oder ein bisschen konstruktive Kritik. Das würde mich freuen. Ja. Gern auch die 2 crazy Däumchen nach oben. Und ein Abonnement, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Vielen Dank dafür. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Skyrim Special Edition. Ich bin raus. Euer Tomi. Bis dann. Tschö. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020